Guck mal, da vorne bolzen. Oh, Lucky. No, Sam Broadcast! Ich liebe dich! Ich liebe dich, mein Freund! Sam Broadcast! Let's go! Ah, fuck me. Aua, Digger. Ich hab so gegen die Betonwand geschlagen, Digger. Bunkert euch rein! Meine ersten Earnings! Meine Hand tut... Ich glaube, mein Hand ist gebrochen. Delix wieder 500 Pace, Digger. Der Kla... Ich hab gar nichts gedrückt! Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab... Was ist das? Der hat einfach ausgeholt und geschossen. Ich hab gar nichts gedrückt! Gar nichts! Das war ein... Das war ein Klärungsversuch von EA. Digger! Was zum Weg? Wie hat er den reingehauen? Wie ein Stürmer! Oh, Walkout, Junge. Eikett... Oder was ist das? Frankreich? Wer kann das sein? ZM? Eiken, Junge! Oh mein Gott! Vera! Oh mein Gott, Jonek! Oh mein Goooooooood! Oh mein Goooooooood! Junge! Ich muss das Spiel wieder ernst nehmen. Oha! Oha, kein Foul! Tschüss! Oha, bitte! Bitte, einer soll mal erzählen, was hier passiert ist. Bitte! Thomas! Jetzt der Versuch! Und den war der... Hör! Äh, was? Was? Hä? Ich hab auf den Jet geguckt. Hab ich den noch eingeschossen? Hä, was ist grad passiert? Spoiler halt dich, Mann. Naubruf. Frankreich! ZM! Ja! Ist die Ehre, oder? Oder Zidane? Zidane! ZOO! Er hat Zidane gezogen! Let's go, take out! Er ist echt Zidane geworden! Hoppein gegen Chelsea-Finale. Glauben Sie. Was kommt ihr? Ich kann ihn nie jetzt haffen. Unter einer Minute. Oh Gott. Oh! Jetzt raus von den Kollegen chatten. Nicht so bescheuert reden, bitte. Was ist der Strubel? Du lachst? Warum lachst du, Chef Strubel? Weil Christian Ronaldo einfach von... Ich kann immer, ich kann immer. Warum? Der rennt hinter Varan los, kriegt den Ball vor Varan und schießt einfach den Ball in den Winkel. Unhaltbar für... Junge, ich kann immer. Ich will mich nicht beschweren, weil sonst kommt wieder ein dummer Spruch von dir und ich raste aus, Alter. Junge, Mann. Du reißt dich zusammen. Du hast mir geschworen, dass du nicht rage. Ja, ich rage auch gerade gar nicht. Digger, wenn es kein Walkout ist... Walkout? Oh, ich stoße euch. UCL, UCL, UCL. Häh? 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 Puh, hab ich noch mal mit dir mit? Er hat sich hier auch ganz gut gemacht. Und hier er prende seinen Ball da zur culpen. nutrients were we going in? Häh? Es ist so offensichtlich, doch die Menschen verstehen mich, so kann man es nicht. Schießt doch weg, Mann, was ist das? Walkout Boys, Walkout, und den bekommen wir, Berzose, Dürmer, Mbappe, heils Maul, heils Maul, Bro, ich bekomme zweimal Mbappe, Tobi, ausgeglichen. Das ist gerade richtig startet, AOT, 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 Umutball aus der Drehung. Äh, äh, was ist denn das jetzt? Wollt wieder, ahahaha. Milot Rashica. Da reichen mahnende Worte, das Spiel hat ja eben erst begonnen. K uwuwe weh! 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 Jetzt, dicker, wenn er jetzt nicht raus geht, ne? Dann ist er eigentlich nicht ... Na ja, es war schon. Jawoll. He, es geht weiter! Hachsakke, Performance, Jungs. WTF? Siehst du das? Was denn? Schau mal im Stream, es geht weiter Was geht dazu? Nein Was schaust du dir an? Gehen wir die A-Sports Ein Walkout, let's go Ist ein Icon, das ist ein Icon Safe, Frankreich ZDM, Petit Icon Petit, Petit Desai, let's go Jungs Oh mein Gott, wie nice Der kommt so safe ins Main-Team Jungs Wow, fast Eigentor Maschallah Wer hat das gesagt mit Eigentor? Ich erlede, du bist der Teufel echt Was für eine Aktion So gerade eben die Chance jetzt Und er trifft Auch wenn sie hier treffen Es wird natürlich nicht reichen Entsprechend auch wenig Freude Bei den Spielern Guck mal Dinger, was machen die denn? Chat, ich bin fertig für heute Ich werde kein Weekend League Spiel mehr machen Das ist das letzte Walkout Manee Manee Manee, Jungs Manee gezogen Moin Meister Ja Ich hab den nur an Ich hab den nur angenommen Guck jetzt Jatar Ich, 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 ich Wir sind hier im fettesten Hotel von Dubai Was läuft, was läuft, was läuft Ich bin Jatar, wir sind hier Im fettesten Hotel von Dubai Guck mal hier, Max Oh ja Der ist schnell Kennst du den? Den Prime, den jo Kennst du den Max? Du bist dogshit Oh mein Gott Oh mein Gott Dafür aber auch andere gute Spieler Ach du Scheiße, was ist da? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich bin Jäbsch Ich bin Jäbsch Entfernte Versuche In der In der